Ich nutze jetzt das DJI Mic schon seit April dieses Jahres und es gibt vier Dinge, die ich an dem Mic total hasse und die du kennen solltest, bevor du dir dieses Mikrofon kaufst. Das allererste, was mich daran stört, ist, dass dieses Mikrofon nicht mit einem iPad-USB-C Anschluss verwendet werden kann, obwohl es im Gehäuse einen Adapter für USB-C gibt. Man kann es zwar mit einem anderen Apple-Adapter am iPad anschließen, so dass du den Klinkenausgang des Mikrofons dann in einen Klinkenadapter auf USB-C adaptierst. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache eines solchen USB-C Adapters. Ich bin nicht nur der Einzige, der dieses Problem hat. Im Internet ist viel davon zu finden, dass die User nicht einverstanden sind oder nicht zufrieden sind, dass eben dieser USB-C Stecker nur mit ganz wenigen ausgewählten Android-Geräten funktioniert. Der zweite Punkt, den ich daran hasse, ist, dass das Mikrofon, wenn du den Lightning-Adapter einsteckst und am iPhone befestigst, nur in Mono aufnehmen kannst. Das heißt, diese ganzen zusätzlichen Funktionen, die du beim Mikrofon bekommst, wie Stereoaufnahme, dass eben beide Sender unterschiedlich links und rechts aufnehmen, so dass du einen jeweils von der Lautstärke anpassen kannst. Oder auch die Mono-Aufnahme mit links einem höheren und rechts einem niedrigeren Audio-Pegel, damit, wenn die Aufnahme klippt, du immer noch eine Sicherheit hast. Das funktioniert alles beim iPhone nicht. Wenn du den Lightning-Adapter in das Mikrofon einsteckst, sperrt sich diese Einstellung, wo du das vornehmen könntest und auf dem Screen erscheint mit diesem Adapter, ist nur eine Mono-Aufnahme möglich. Das sagt dir DJI vorher nirgendwo. Das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, denn DJI ist eigentlich eine sehr gute Marke. Ich mag DJI, aber dabei haben sie sich richtig, richtig verzockt. Und mal ehrlich, das günstigste Komiker-Mikrofon mit Lightning kann das. Also es kann nicht an einer technischen Restriktion vom iPhone liegen. Andere Mikrofone können das. Warum kann das DJI nicht? Der dritte Punkt, den man einfach nur wissen muss, ist, dass das Mikrofon sehr empfindlich auf Mobilstrahlung ist. Sprich, wenn dein Smartphone, dein iPhone oder dein Android oder was auch immer Signale sendet über das LTE-Netz oder das 3G-Netz oder, 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 dann hörst du dieses typische Handy-Knistern in der Aufnahme. Können wir das falsch schließen? Zwei... Ne. Völlig egal. Das muss nicht mal dein iPhone sein. Das kann auch ein iPhone in der Nähe sein. Das heißt, wenn du damit aufnimmst, solltest du sicherstellen, dass alle Handys in der Nähe den Mobilempfang ausgeschaltet haben. Und der vierte Punkt ist, dass das eingebaute Mikrofon hier sehr, sehr empfindlich gegen Windgeräusche ist. Wenn du so, sage ich mal, das hier positioniert hast, wie man das typischerweise macht, und dann mit der Nase schnaufst, dann hörst du sehr starke Windgeräusche. Ich habe schon viele Videoaufnahmen dadurch versaut, die jetzt nicht so wichtig waren, aber wären die wichtig gewesen, wären die versaut. Und das muss man eben wissen. Das heißt, wenn du sicher gehen willst, dass du keine Windgeräusche in der Aufnahme hast, dann musst du hier einen beiliegenden Puschel aufsetzen. Das ist natürlich wiederum doof, weil das Windpuschel hier ist relativ groß. Ich kann dir das mal zeigen. So, macht den optischen Eindruck des Mikrofons natürlich total kaputt. Wenn ich jetzt immer so damit in der Aufnahme zu sehen wäre, dann bringt mir das schöne Mikrofon, der schöne Sender nichts mehr, weil ich so einen Puschel dran habe. Dann habe ich wieder so ein mega Ding dran. Das finde ich eben nicht gut. Wie du siehst, sind diese ganzen zusätzlichen Funktionen, die das DJI-Mac eigentlich richtig geil machen, wie das Ladecase, wo man die einfach rauszieht, irgendwo einsteckt und schon losfilmen kann, in sehr vielen Situationen gar nicht zu nutzen. Und das, wofür du eigentlich beim DJI-Mic so viel mehr Geld bezahlst, als beispielsweise bei Rode, kannst du gar nicht nutzen. Und das ist eben das Doofe. Ich habe es hauptsächlich wegen dem Akku-Case gekauft, sodass man es sichergestellt ist, dass die Mikrofone immer vollgeladen sind. Und auch wegen der Wechselbarkeit der OSBC und Lightning-Stecker und dadurch eben der Möglichkeit, hier keine Kabel oder andere Accessoires mittragen zu müssen. Funktioniert aber nicht. Ich muss trotzdem Kabel und vor allem diesen Puschel mittragen, um bei ernsthaften Videoaufnahmen hier trotzdem eine gute Qualität zu liefern. Ich spare also nichts im Vergleich zum Rode Wireless Go 2, denn dort würde mir so eine Tasche vollkommen ausreichen, um beide Mikrofone reinzustecken, alle notwendigen Kabel und Adapter ebenfalls mit reinzustecken. Das Einzige, was also bleibt beim DJI-Mac, ist tatsächlich dieses Akku-Case. Das gibt es von Rode offiziell noch nicht. Es gibt zwar einen Dritthersteller, den hatte ich auch schon mal verlinkt. Und hier findest du das Video dazu. Die bieten auch für das Rode ein Akku-Case an. Und wenn du eben das in dieser Kombination hast, dann ist meiner Meinung nach Rode hier die wesentlich bessere Alternative.